Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Jetzt starten wir so richtig in die Landtagsarbeit. Am Donnerstag findet die fünfte Plenarsitzung statt und viele Ausschüsse kommen im Maximilianeum zu ihren ersten Arbeitssitzungen zusammen. Diese Gremien sind jeweils für bestimmte Fachbereiche zuständig. Für den Staatshaushalt ebenso wie für Wirtschaft, Gesundheit, Kommunales, Umwelt- und Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Bildung und vieles mehr. Landtagsausschüsse haben die Aufgabe, politische Entscheidungen vorzubereiten, über die in den Plenarsitzungen letztgültig abgestimmt wird. Zum Beispiel über Anträge und Gesetzesentwürfe. Doch für uns Bürger leisten diese Ausschüsse auch ganz persönlich etwas, beispielsweise der Petitionsausschuss. Dieser entscheidet über Eingaben und Beschwerden, etwa bei Ärger mit der Verwaltung oder wenn man auf Missstände hinweisen möchte. Denn auch hinter staatlichen Handeln stehen Menschen. Und diese können Fehler machen. Der Petitionsausschuss ist also eine Art Korrekturmechanismus oder auch Notrufsäule für den Bürger. Andererseits dient er uns Abgeordneten als Seismograph für die Stimmung in der Bevölkerung. So finden wir heraus, ob die von uns beschlossenen Gesetze das beabsichtigte Ziel erreichen oder zu neuen Problemen führen und daher noch einmal kritisch überprüft werden müssen. Klappt 10.000 Petitionen hat der Bayerische Landtag allein in der vergangenen Wahlperiode entgegengenommen und beschieden. Das zeigt, wie viel allein im Petitionsausschuss geleistet wird und wie wichtig uns Parlamentariern Bürgernähe ist. Nähere Informationen darüber, wie ihr selbst diesen direkten Weg zum Bayerischen Landtag nutzen könnt, habe ich euch unten in den Kommentaren verlinkt. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.